Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Dresdner Neustadt, perfektes Wetter, perfektes Wetter für einen ganz besonderen Dreh und einen amerikanischen Videoblogger, wer das ist und was sich denn dem Projekt verbirgt, deshalb habt ihr gleich, wir fahren jetzt erstmal rüber in die Altstadt und ich nehme euch mit, bis gleich. So, ich bin hier mit Joe und Jenna, and yeah, Joe, what we're doing here? What we're doing here, we're filming the Germany Travel Show. Okay, and what is it? What is it? It's, well it's Instagram stories, we're going around the 16 city, 16 Hauptstadt of, uh. It's an incredible view. Yeah, and what about the history? Yeah, it's a nice story. I mean, hearing her talk about all the cultures have come together now and all the former enemies have rebuilt this church. I mean, how could you now feel? Yeah. I mean, we're going out. You're waitin'. Untertitelung des ZDF, 2020